Sie sind mit diesen beiden Geräten eigentlich auf alles vorbereitet, aber die Zukunft bringt jedoch immer wieder Neues. Was kommt dabei hin? Also sowohl die Flügelsysteme als auch die Coptersysteme entwickeln sich immer weiter von der Präzision der Steuerung her, von der Technik her. Auch die Komponenten hier drin, die Lagesensoren, GPS und so weiter, können wir immer noch genauer machen, sodass wir wirklich am Ende auch ohne Ground Control Points, also ohne Marker am Boden, hochgenaue Ergebnisse liefern können. Das heißt, das Wichtige ist, es muss immer genauer werden und das wird es wahrscheinlich auch. Richtig und wir entwickeln die Software immer weiter, sodass die Auswertung immer schneller und immer einfacher erfolgt und auch von Nicht-Experten inzwischen gemacht werden kann. Schneller, einfacher, genauer klingt für mich nach einem super Konzept. Wünsche Ich wünsche Ihnen viel Glück. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke Ihnen.